Willkommen zurück zu einer neuen Runde Rainbow Six Siege. Mit dabei der René hoffentlich. Zahrok, Puppis und Swiss. René, warum hast du noch keinen Operator ausgefegt? Warte mal, warte. Eine Stunde zwölf Minuten läuft meine Aufnahme schon, solange versuchen wir es hier in dieses Spiel reinzukommen. Daumen hoch Ubisoft. Man müsste jetzt eigentlich sagen, alle guten Dinge sind drei, aber das ist bestimmt schon zehn oder so. Alle guten Dinge sind 48, ja. 30 oder 300. Hauptsache nur drei, ne? Es geht los! Smokescreen! Oh ja! Das erste Mal Bild. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen muss in diesem Spiel. Achso, Rüstung, Rüstung. Was? Das ist ja gar nicht Minecraft. Monohornel Eisen! So, äh... Das ist eigentlich ein richtig geiler Spot. Ja, ich hab mir was aufgefallen. Einfach nur alles verbarrikadieren. Da wird sich der Strom an ein paar Stellen, oder? Ja, mach mal. Aber nur ein paar! Ne, ich kann ja nur dreimal leider. Am besten hier so an die Seite, oder? So, ich geh irgendwo hin, ich weiß nur noch nicht wo. Ich mach mal meine... Ich mach mal hier meine Zimmer. Ich geh erstmal einen Stock weg tiefer. Hallo? Ne, der Schwitz macht wieder die Proge. Oh, die können von hier oben kommen. Ne, ich versteck mich bei der Waschmaschine. Von wo oben? Vom Dach. Was ist doch da? Ja. Das wissen wir doch sogar. Vergesst eure Rüstung nicht, ne? Da liegen noch zwei. Oh, ich glaub ich hab vergessen. Ja, das hab ich einfach mal vergessen. Voll die Proge immerhin. Ja, das sind übrigens Gold 8. Mittlerweile. Haben wir gestern ein bisschen gezockt. Die kommen hier... Warte, ich mach ein Thema. Die haben Blitz. Ist das noch markiert worden? Ja. Ja, das ist da unten. Ja. Das ist ein Blitz, also ein Schild. Scheiße. Ne, Bandit heißt das. Boah, Alter, die Grafik ist ja... Aber wie das hier blendet, das ist nicht so geil. Ja, ja, das ist Shit. Siehst du gar nichts. Alter, diese Waschmaschine geht mir so auf den Zeiger. Oh, man! Ja, da müsst ihr immer aufpassen, Jungs. Ja, hab ich doch. Aber ich hab den nicht gezündet. Alter. Hab den einen auf dem Dach. Oh, von woher... Ich hätte von irgendwoher... Hättest du ihn nicht einfach schneller machen können? Aus der Dachluke. Ja, René, was ist so... Oh, ich hör Fuse. Bring die... Die arme Geile. Da ist einer vor der Tür. René, da ist einer vor der Tür. Kamera kann ich leider nicht helfen. Zack, hier auf dem Dach sind zwei Stück. Ja, was zeig ich denn? Hat er gefangen, ne? Und? Da hinten an der Tür. Kamera hilft mir nix. Doch, da an der Tür ist einer. Oh, das war schon mal knapp vor meinem Tod hier. Treff ich den nicht? Kannst du mich verarschen? Das ist ne Intelligenzfrage. Ich glaube, ich hab gleich einen. Ey, jetzt haut er doch weg! Der steht doch genau vor der Tür! Ja, mal guck dir das nochmal an! Da muss ich mich jetzt in der Tat mal angucken. Oh, das war längst. Ach, das Schild! Na deswegen! Ich weiß, warum du dich nicht triffst. Warum? Mono ist weg! Das war Schild. Ja, ja, der hat ein Schild. Alles klar. Macht Sinn. Schild, zieht rein! Schild, zieht rein! Da kommt eine Drohne! Drohne vom Friesen! Gott, das erscheint mich nicht so. Ey, ich war schon längst weg, wo der geschossen hat. Das ist... dieses Spiel, ne? Lecky! Wo ist die Drohne? Wo ist die Drohne? Nice Schwitz! Der Schwitz macht schon wieder alle alleine. Ne, 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 ne! Oh Gott! Oh Gott! Hab ich mich erschrocken! Die Drohne hat das Schild gefahren! Wo ist das Schild? Süß! Der Schild ist tot, aber... Schild ist da und ja auch! Wieso sind wir beide eigentlich hier? Ja! Geh mal andersrum! Geh mal andersrum! Okay! Will ich das denn? Pass auf, pass bloß auf! Guck in die Treppe runter! Guck in die Treppe runter! Da ist keiner! Kameras hall ich immer wirklich auf... Denk immer noch auf dem Dach! Der könnte immer noch da sein! Oba, oba, oba! Der hat da schon irgendwie drei gemacht, der bleibt bestimmt da! Auf wo schießt du denn? Der ist bestimmt oben am Dach! Ist tot! Oben! Da ist gerade vom Dach was kaputt gegangen! Der kommt... Der ist drinnen! Wo ist der? Der hat sich von... Der hat sich von... Da, Chris! Bis hier! Der rein, jetzt rein! Jetzt schnell rein da! Schööööön! Der Schwestern hat alle gemacht, oder? Huuuuts! Ne, Renée hat auch einen gemacht! Ne, ne! Der Renée hat mit nem Lack schon auch einen weggehauen. Bef-Lacksch- Er getroffen hast du den jetzt nicht! Nee, aber tot ist er trotzdem. Ich hab ihn ja auch ein bisschen getroffen. Das war ein Abpraller vom Geländer. Achso, ist dein Wind gekommen? Ja, ich hab ne Flanke zu ihm hingeschleudert und die hat ihn leider tot. Ich hätte gern was anderes als ne Schrotzimmer mit dem gehabt. Aber hab ich mich erschrocken, als die Drohne da kam und das Schild durch die Gegend geschoben hat. Da hab ich echt gedacht, was ist denn jetzt los? Du hattest doch ne Shotgun, ne? Wie hast du den nicht weggekriegt? Ich weiß nicht, ich hab, ich weiß nicht, vielleicht hab ich nicht auf seinen Kopf gezielt. Du hast um den rumgeschossen, glaub ich. Ja, ich. Ich weiß nicht, das muss ich mir später gar nicht mal angucken. Man merkt jetzt schon, wer hier den meisten Skill hat und wer nur rum tut. Ach, hier geht's gar nicht rein? Scheiße. Ja, ich hab, ich behaupte, wie dieser Skill hätte. Ähm, die sind, äh, Erdgeschoss, Erdgeschoss. Davon hab ich vier im Laden. Da hab ich hier wieder. Die sind nur noch zu viert, fällt mir grad auf. Nee, ich komm nur nicht rein. Die sind kaputt. Äh, passt auf, passt bloß auf Frostfallen auf. Sind die an der Selbststände? Oh, steck kaputt. Nee, die sind unten, oder? Nee, die sind in der Küche. Oh, da steht, irgendwer steht ziemlich gut. Hör, hör, hör jetzt auf, hör auf. Ja, 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 ich beweg mich nicht, ich beweg da nicht. Dann merken sie's nicht. Achtung, C4 an der Wand. Der hat's bemerkt. Der sieht dich doch. Der hat's bemerkt. Der sieht dich. Der, der weiß noch nicht, wie er schießen soll. Der weiß noch nicht, welche... Schatz, ich bin tot. Stimmt, der spielt mit Controller. Ja. Oh man. Also Mono, wir machen das so wie damals, ne? Fenster auf, Geisel raus, fertig. Ich mach hier auf. Ja. Nice, da ist halt niemand. Nee, die können wir aber gut rein. Die sind hier. Die sind hier direkt hinten. Da ist niemand. Was hab ich nicht erschrocken? Hast du gesagt, ne? Wo, 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 wo? Hat der gesagt. Direkt auf der Treppe. Kapkan sitzt auf der Treppe, ja. Okay. Ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Der kommt da, der nächste kommt raus aus der Tür da unten. Flash! Wer hat den Smoke geworfen? Das weiß ich nicht. Okay, er war's. Ja gut, dann können wir ja ein bisschen erzählen, ne? Wenn ich von tot bin. Ey, ich hätte den aber wirklich voll wegmachen können und dann wirft jemand den Smoke dahin. Dann hab ich verloren. Pass auf, der ist ja immer noch, ne? Mono. Ey, wir verlieren gegen eins und Bongo. Easy. Komm, wir spielen Minecraft, da können wir nicht verlieren. Kann man nicht? Wir haben schon zwei Leute schwund. Boah, das war knapp, Alter. Ich hab ihm einen Headshot gegeben. Boah! Jonge. Junge. Oh, ich schreibe. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht so ne AI ist, die das Ding verliebt. Die, 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 die. Da vom Fenster kommst du eigentlich ziemlich gut rein, glaub ich. Herr Marschal, ihr Wohl. Geht das auch viel spannender von jemandem zuzugucken. Alter. Ne, das ist eigentlich viel geiler, wenn man selbst spielt das Ding. Ja, aber das ist nicht... Die Tür da, hinter der Tür ist die Küche, ne? Da hätte ich die Warte, die Warte hätte ich aufmachen können. Pass auf. Könnte ich, wenn nicht jemand einen Smoke vor die Fresse geworfen hätte. Äh, äh, Mochi, kannst du das nächste Mal bitte ansagen, wenn du irgendwelche Granaten irgendwelcher Art dahin wirfst? Das macht doch der NPC schon. NEIN! Doch, hey, der sagt, werfen den Smoke. Was? Doch, sagt die Dings nicht sowas? Doch, eigentlich schon. Ich glaub, da passt keiner von uns auf. Aber wer hört schon, wer hört schon auf die Ingame-Sounds? Ich auch nicht. Außer irgendwie, auf die Steps. Ähm, jaaaa... Ich kann leider dann... Ich glaub, der René ist weg. Gut. Da ist er! Oh, da ist er! Da ist der Frost. Nice, nice. Pass, da rechts lag ne Falle. Pass auf, dass du nicht gleich reinläufst. Also, wenn du da reingehst, rechts lag, glaub ich, ne Frostfalle. Wenn du da reinläufst, wirst du kaputt. Äh, der wird nicht so doof sein und pushen. Na? Ich weiß nicht. Ich hab halt nur noch nie im Leben. Ich würd eventuell jetzt aus der anderen Richtung kommen. Du hast noch ne Minute, kannst noch einmal um die Welt rumlaufen. Ja, vielleicht ist er auch. Vielleicht ist er auch Punkt 3. Ja, aber ich glaub, der guckt jetzt aus der Tür. Der guckt raus? Ich glaub, der ist Punkt 3. Ich glaub... Warte mal... Haben wir noch irgendeine vernünftige Drohne rein? Ich hör keine Schritte. Ich hör aber keine Schritte im Moment. Und, tschüss. Die jetzt erwischt. Dies verstärkt jemand. Dafür bräuchten wir den Thermite, ne? Wo ist der? Dote. Der, 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 der wurde gesmoked. Totgesmoked. Rauchen verboten, ne? Oh. Ne. Den kriegst du von außen nicht weg, den musst du von innen weg. Außer du hast ne, du hast keine Granate, ne? Nein. Aber der Mono, der Mono hat noch... Hörst du die Wanduhr? Hörst du die Wanduhr? Ja, ja. Tick, tack. Pass auf, da ist draussen. Der ist wahrscheinlich irgendwo dahinter, ne? Da sind sie meistens. Komm, Mono, du musst nichts machen. Da würd ich auch rocken. 20 Sekunden. Oder ganz links. Und lässt da eine... Er hat's weggemacht. Jetzt musst du tatsächlich, jetzt musst du schnell. Äh, langsam musst du pruschen. Da ist... nein, 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 nein. Er schieß die Geisel. Er schieß die Geisel. Er schieß die Geisel. Leise! Warte weg! Jawohl! Joooooo! Dass der das nicht mitgekriegt hat. Danke für den Smoke nochmal. Bitte, bitte. Was hockt der denn? Auf was hat der gar nichts gesehen? Ey, ich finde... Offensiv die Smoke ist aber echt sinnlos. Der war echt ein bisschen doof. Der war tatsächlich ein bisschen doof, ja. Ich muss Cep-Camp-Camp-Camp üben. Äh, will wieder keiner Rook nehmen? Ach man. Hab ich nicht. You said wait. Nice, Peter. Nice, Wade. Peter, ja. Oh, der Raum ist nicht so geil. Ich gehe nach oben. Hier, Kapkan, hier, Kapkan, mach mal die Tür hier. Welche? Äh, hier. Oh, die kommt. Achtung. Ich gebe euch erstmal Rüstung. Erstmal den Team-Jabber wegmachen. Ey, ich würde hier die Tür über die Kapkan. Hier ist eine Drohne drin, ey, pass auf. Einmal hier. Äh, kümmert du dich um die Drohne, ich fetz nach oben. Hier, hier, die, 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 die. Wo bist du? Zarok. Ich habe doch schon. Danke. Ich meine, die hier. Wir haben mit der Schrotze mein Ding weggemacht. Sehr clever. Boah, ey, wegen Swiss komme ich jetzt nicht mehr hoch zum Bestärken von diesem... Das war das nicht. Lass mich doch jetzt durch, Mono. Ja, sag das doch. Es ist das Mindsport, Mano. Was? Das war mein Sport. Dann suche ich mir was anderes. Ne, bleib da, bleib da, ich bin schon weg. Ich habe mir auch nichts überlegt. Ich dachte nur, ich gehe mal irgendwo hin. Du kannst da links unter den Tisch krabbeln. Was? So wie du lagst, eben links von dir. Ja, ja. Die kommen, glaube ich, Haupteingang bei der Küche. Ja. Da ist Blitz. Ähm, das ist wo? Ich konnte es nicht markieren, er hat die Kamera kaputt gemacht. Kommen sie da alle, weißt du das? Ich habe nur Blitz gesehen. Äh, die kommen garantiert wieder von oben. Ich weiß nicht mal, wo Haupteingang ist. Der Swiss wollte ja unbedingt da eine Kapkan hinhaben, damit ich ja das Ding hier nicht kaputt... Aber jetzt kommen sie nicht mal von da. Was soll denn das? Oh, bei mir ist ein Fenster auf. Da würde ich ein bisschen Obacht geben drauf. Ich höre. Nice. Der Mono macht alles... Oh, das Blitz! Hau ab oder mess es. Hau ihn kaputt. Ich versuch es, ich bin geblitzt. Ich versuche wegzulaufen. Geht nicht, ich bin irgendwo gegen die Wand gelaufen. Ich lebe noch. Wuii! Was ist das für ein Depp, muss ich dazu sagen. Wieso wurde ich entdeckt? Weil hier eine Drohne drin ist, das habe ich von Anfang an gesagt. Ich habe zwei gemacht und eine dabei habe ich... Okay, Mono, Mono, Blitz von hinten. Komm, komm in meine Richtung. Dann kannst du ihn von hinten machen. Eventuell. Warte, vorsichtig. Der ist genau zwischen uns. Äh, der Buppes guckt erstmal die Wand an. Der ist genau zwischen uns. Ich stehe da. Voll auffällig, da in die Richtung ist er wieder. Da war eine Drohne. Oh, jetzt kommen sie von da. Wo, wo, wo? Über uns ist alle. Da, wo du dich... Blitz ist bei mir! Ich laufe! Ich habe euch gesagt, die kommen von oben. Diesmal bin ich down. Ja, ich kann leider nicht raus. Jetzt bin ich tot. Das ist schön. Der Blitz war ganz woanders. Er war zuletzt da. Er ist wieder zurückgegangen. Irgendwo anders hin, sorry. Ja, der hat einen Kreis gedreht. Der hat mich gefühlt. Schön, aber ich bin gerade richtig in der Zwickmühle. Die Tür ist auf und rechts ist der Blitz irgendwie. Ich höre die Schritte. Ja, genau. Da hat er mich ja getötet. Ich habe die Kamera hier. Ich kann ihn eventuell sehen, wenn er kommt. Ja. Ich steppe Olo keinen ins Kameran. Hier, 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 hier! Hier guckt er rein. Schön. Schön. War das der Blitz? Ach komm, du Assi! Ich bugge, ich bugge, ich bugge, ich kann mich nicht mehr wegbewegen, geil. Was? Ich bugge, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Da musst du dich hinlegen oder so, das bringt manchmal was. So, erstmal Blitz. Ja klar, der geht mir ohne Zielen, Heather. Nice. Ich habe doch gesagt, der eine ist ein Cheater. Also, da wo ich gerade, da hängt einer mit dem Kopf runter, den kriege ich leider nicht mehr. Der war an der Wand am rappeln. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin in dem Raum, wo der Blitz rein ist. Hier oben ist einer, ich markiere. Da ist einer, da ist Swiss, da oben ist einer. Oh, Swiss, markiert. Oben ist einer, okay. Achso, der hängt an der Wand, von außen oder was? Ne, der ist oben auf der Galerie. Mochi, pass auf, der kann genau über dir kommen. Pass auf, der guckt runter, jetzt guckt er nicht mehr runter. Den siehst du aber da nicht, der ist hinter dem einen Tresen da. Jetzt guckt er gleich wieder runter. Drei Vorsicht, der ist eine Drohne reingeflogen. Er guckt nicht runter, da ist er. Ist das der Frost? Wo rein? Von wo denn rein? Das könnte Frost sein, ich bin mir nicht sicher. Genau da. Ja, ich habe ihn auf jeden Fall getroffen, aber das war es auch schon. Ja, jetzt sehe ich ihn gerade nicht. Ich bin geflasht, des Todes. Okay, der hat jetzt geguckt, ob wir jetzt hier runter können, ne? Er geht zurück in den Raum. Die Drohne ist vom Ding gleich gefloh. Ja, die Drohne habe ich schon erwischt, Mann. Der kommt von links, der kommt, glaube ich, in der Tür. Die offen, ne? Ja. Von links kommt Steps, das musst du doch selbst hören. Swiss, pass auf, da mit dem Fenster, ne? Ist das offen? Ne, das Fenster ist zu, die Tür ist auf. Okay, irgendwann hat er was gesprengt. Oh, scheiße. 17 Sekunden, 16 Sekunden. Spielt auf Zeit. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, Swiss! Markiert, markiert, markiert! Sehr schön! Nice! Danke, danke. Der muss jetzt hier reinkommen. Die Markierung ist auch immer so schwer zu sehen. Ja, das ist gewonnen. Sehr schön. Der letzte schreibt jetzt wieder, der letzte schreibt jetzt wieder, Ja, du sagst, warte! Gutes Teamspiel. Makelloser Sieg! Jawoll! Hat er gesagt, warte? Nein, Peter. Schön. Boah, das war ja ein bisschen kritisch. Aber ging ja nochmal. Zyra, kein einzigen Kill. Ich hätte einen gemacht, wenn ich nicht ge-smoked wurde. Ich hätte einen gemacht, wenn ich einen getötet hätte. Gut. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.